Hallihallo aus Wiedemar mit der lustigsten Mittagspause überhaupt mit Baumann und Klausel. Das wird völlig verrückt. Die Doreen hat sich angemeldet und gesagt, kommt doch mal vorbei. Und jetzt kommen die beiden einfach direkt rein in die Mittagspause. Los geht's. Achtung! Nicht so schnell, dafür seid Beamte. Wir sind vor euch Baumann und Klausel. Hallo! Hallo, Hallo! Unter den Schreibtisch bin ich gerne mit mir ganz allein. Niemand schießt mich und ich träume vor dir. Einer Verweilung ohne Stempel und Papier. Sollte! Ach, ist das schön. Ja, es war ein Schild mit Name of the Speed. Das ist Blue Tablet. Das ist Name of the Speed. Yes, I can see a Blue Tablet. And that's the Straßenschild. Das stands Baumann und Klauselstreet. Baumann und Klauselstreet. Ja. Ja, schön. Ja, schönen guten Abend. In die Schuhe schiebend Gang, hier ist ein schwieriges Geschäft. Weil man nicht weiß, worauf hat sich kein Netz. Vielen Dank, dass ihr seid, Tor. Danke, Mensch. Es ist Abel. Es ist Abel.